Hallöchen und herzlich Willkommen zurück bei The Forest, meine Freunde. Die Nacht bricht an, es ist Zeit zum Jagen. Okay, so fach ich nichts. Ich seh nix. Ich weiß nicht, wie ich so ein Waschbären erkennen soll. Das, was sich bewegt. Entschuldigung, ich mach Licht. Oha, okay. Aber verschreckt es die, oder? Ist das Lichthähne egal? Da liegt ein Stock am Boden. Da liegt ein Stock am Boden. Da liegt ein Stock am Boden. Arztstöckchen musst du retten. Seht ihr irgendwas? Oha, wie hell die Taschenlampe dann doch ist, gell? Ja. Ich seh Giftpilze. Wenn ihr Häschen seht, dann immer drückstellt. Häschen, ja. Ich höre. Können wir was sehen? Fäschen? Häschen. 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 Jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Häschen. Aber irgendwie ja auch Fäschen. Äh, Leute. Das Häschen da vorne. Ich hab's mal erlöst. Ah, gleich zwei Pfeile abbekommen, das arme Ding. Zack, zack, bam, bam. Äh, achso. Moin. Was, moin? Licht. Oh, Alter, wie auf, das ist ja brutal, wie weit dieses Licht geht. Ja, ne? Da ist ja eine Höhle. Wir können auch da rein. Wir haben nicht gesagt, auf was wir Jagd machen, oder? Doch, wir haben gesagt Fälle. Oh. Ja, wir wollen schon in den Norden so. Wenn wir Richtung Norden Wildschweine finden, dann, äh, 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 Waschbären finden, umso besser. Nein, Nico. Nico? Ich hab nichts zum Essen mitgenommen. Ich auch nicht. Ich hab genug. Ich hab für jeden dann einmal Reh. Will jemand? Braucht jemand? Zumindest denkt jemand mit. Ja, meine, er schreit grad nach Hunger. Bitteschön. Warte, eine Sekunde. Ich hab's gegessen, warte kurz. Ja, bitteschön. Okay, ciao, würde ich sagen. Bin ich grad doof? Wie kann ich das denn? Dankeschön. Äh. Was los? Brauchst du noch was zu essen, oder? Nö, nö, eins reicht. Okay. Ich hab Beeren dabei. Aber keine Fälle. Was ist denn in deiner Tasche? Brecht euch nett die Viehs, gell? Schön, schön an der Wand entlanghangeln, gell? Ja, dat weiß ich mittlerweile. Ja, ja, die Cora nur. Ja, ja. Weil sie war noch ganz oben. So sind wir auch mal in ein tief, in ein, ach man, in ein tief vieleres, ja, in ein viel tieferes Loch gefallen. Was? 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 Wir fallen nicht. Ah, da vorne ist Person. Licht rein. Oh, ja, da hinten, ja. Okay, mit L kann ich jetzt auch mein Licht anmachen. Ich muss kurz was essen nebenbei. Aber ich hab... Ja. Habt ihr es auch gehört? Komm rüber. Wir sind am Strand. Komm zu uns. Ich weiß, wo ihr seid. Wir sollten zusammenhalten. Da vorne ist Besuch. Hä, sehe ich da Feuer? Ja. Das ist ein Hai, oder? Ja. Ah, okay. Ah, die rennen weg vor uns. Nee, die kommen zu uns. Nee, die rennen wieder weg. Nein, die kommen zu uns. Nein, die rennen wieder weg. Ins... Oh, nein. Ähm... Bike schießt. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Ich komm mich um den da hinten. Ich habe die Katana. Hey, hey, hey. Da ist es. Da ist es. Da ist es hier endlich um. Jetzt rennt er weg. Schau ihn dir an. Brauch ich mir Knochen. Ja, eh, meine Rüstung ist halt komp... Also, ich habe nur noch die Hälfte. Ich mach mal ein Feuernchen. Bitteschön. Ein kleines Feuerchen. Was ist denn das da? Da war ein Pfeil von mir. Oh mein Gott, der hat einen meiner Pfeiler angezündet. Wie das? Was denn? Ach, nix. Ich habe da eventuell gerade einen Vögelchen erwischt. Ich habe mich gewundert, was die Feder da macht. Ich habe die Feder auch gesammelt. Ich auch. Ah, okay. Ich habe das Stück Fleisch eingesammelt. Arbeitsteilung. Alle sammeln ein Stück Feder auf und ein... Ja. Ein Seestern. Kleb in dir... sonst wohin. Ich habe einen Vogel getroffen. Macht ihr euch eine Rüstung? Und dafür habe ich noch nicht genug. Das kommt dann mit der Zeit, ne? Oh, wir müssen aufpassen, Krokodil, ne? Ach, stimmt die schon aus wie Baumstimme. Mhm. Mist. Also nicht wegsterben. Äh, Nico? Ja? Ach, sorry. Brauchtest du nicht Rüstung? Ach so, ja. Schön. Ach, du hast sogar schon eine. Dankeschön. Ja, ich habe noch relativ viel Rüstung, deswegen dachte ich, ich mach mal. Bei mir geht's auch. Ja, weil die... Also wenn sie gerade zu zweit oder zu dritt auf dich gehen, dann ziehen sie dir doch schon ein bisschen was ab, die Schweinebacken. Wenn man gerade falsch steht, dann ist man echt, ja, schnell runter. Kann man auch schnell geliefert sein. Okay, wie sieht's aus? Können wir weiter in den Norden? Wollten wir... Ja, okay. Gut. Oh, da vorne, äh, leuchtet's schon. Ist das unser Kumpel? Ja, das ist unser Kumpel von vorhin. Ich sehe irgendwie gar nichts. Ich auch nichts. Habe ihn. Ach, Alter, da oben. Wow. Was für ein Sprung, Digga. Hier, da hast du eine kleine Überraschung. Ciao. Okay, sehr strong. Oh ja. Gott ist blöse. Ja, so hell soll es bitte wirklich bleiben. Nico, Gott bestraft deine Taten. Hier ist kalt und du bist nass. Ach Gott, nee. Und dann kommen wir jetzt noch in kaltes Gebiet. Ich habe Durst und Hunger. Oh nee, ich bin müde. Oh nee, ich muss pipi. Hunger, pipi, kalt. Ja. Hunger, müde, pipi, kalt. Ja. Immer dasselbe. Was liegt hier am Boden? Oh, Pilze. Kaum ist man aufgebrochen. So. Suchen wir uns eine Art Zug bauen. Oder aber hier ist so steil, so super steil. Ja, wir müssen gucken, dass wir überhaupt... Nicht auf Schnee... Oh nein, ich kriege schon diese Kältedinger an der Seite. Ich auch. Ja, ich auch. Aha. Ich glaube, wir müssen gleich bauen. War das dann nicht so, dass das... Hasi! ...dass das Ding deine komplette Rüstung... Ja, ersetzt. Ich habe ein Schneehaarchen getötet. Ah, Fackel. Bau durch eine Fackel. Wie geht es? Ein Stock und ein Dings und ein Klopf. Ich habe keinen Stock. Und dann anzünden. Ich habe keinen Stock. Hier vor dir, vor dir. Guck mal, hier vor dir. Ah, ich habe jetzt die andere Rüstung gekauft. Wie ein Stock und ein Klopf, das funktioniert nicht. Doch. Nimm einen Stock und einen Klopf. Hä? Mission. Impossible. Ja. Stock. Ein Stock und ein Stück... Stoff. Und dann? Und dann hast du einen... Bei mir geht es. Dann habe ich es. Bei mir steht es gut. Ziville und Reparaturwerkzeug. Du hast vielleicht einen. Guck mal, unten links. Hast du da schon einen Stock? Also unten. Okay, das erklärt es natürlich. Ja. Ja, damit können wir uns, glaube ich, auch hier auf kaltem Gebiet... ...bewegen. Wir sollten aber trotzdem bauen. Okay, außer wir werden angegriffen. Dann ist halt scheiße. Es sei denn, dein Ding geht auch aus. Ihr müsst das recht schnell wieder neu... ...wickeln dann. Aber ich würde nicht so gerne ganz hoch gehen. Ich würde lieber irgendwo am Rand jetzt bauen. Nein, aber die ganz oben sind, glaube ich, die Schweine auch nicht. Die bewegen sich irgendwo in dieser Zwischenzone. Wollen wir wieder ganz nach rechts gehen, wo wir so ungefähr waren? Was heißt ganz nach rechts? Irgendwo... Ist das so? Achso, meinst du? Okay. Übrigens, wenn ihr einfach... ...must du so weit ins Schneegebiet reinlaufen, oder? Ja, oder? Oh, okay. Ja, ich habe jetzt aber gerade wieder keine meiner Fackels ausgegangen. Ja, übrigens, lass die Fackel in der Hand, dann kühlst du nicht so schnell ab. Aber wickel schon mal drum und dann kannst du später anzünden. Okay, jetzt wird mir kalt. Alter, das ist jetzt schon ausgegangen? Ja, ja, das geht super schnell. Wohin wollen wir denn? Also, ich finde, wir sollten uns mal einen... Platz suchen, ne? Ja. Alter, ich sehe nichts gerade. Was haltet ihr von... Hier, hier ist doch Wasser, oder? Nee, hier... Also, ich höre Wasser die ganze Zeit. Entweder ist das ein Bug, oder... Ich höre auch Wasser. Nee, ach, wir sind hier bei den Krokodilen. Wir sind bei den Krokodilen. Da vorne sind die Krokodile. Das ist Bambi, wir brauchen Bambi. Ja, gleich, gleich, gleich. Sollen wir uns erstmal einen Platz. Seja, wo siehst du hier Krokodile, Alter? Hier, das ist der Fluss, wo die Krokodile sind. Okay. Aber hier ist doch gut, ne? Ah, okay. Es wird wieder hell, oder? Ja, ja. Lass uns vielleicht hier bauen. Hier sind auch Stöckchen und Hölzchen und alles. War das nicht so, wenn wir uns hier eine Hütte bauen und die schnell fertig bauen, dass dann uns da drin nicht kalt ist? Ich glaube, so war das. Also, ich baue das schon wieder aus. What? Ja. Ich baue erstmal ein Feuer. Das ist schon mal für die Hütte. Sehr gut. Was für die Hütte wollen wir denn? Einfach so eine kleine Lockhabit vielleicht? Nee, 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 das war so eine Blockhütte, ja. So eine richtige Blockhütte, ja. Ja, mach ich. Warum setze ich hin? Ich setze mich mal so an den Rand irgendwo von... Ja, schon vor das Lagerfeuer. Einfach. Ja, genau. Ja, ja, hier so. Okay. Nico, ich helfe dir beim Sägen. Bumpelt. Bumpelt. Oh, fuck. Ich muss direkt was essen. Ich habe ein Häschen. Ich packe mal mein Häschen rein. Oh, stimmt. Ich habe doch auch ein Häschen. Ein Häschen. Und auch nicht. Ja, okay. Ich dachte, ich habe mich nicht mehr denn gesammelt. Okay. Und danach können wir ganz viel sammeln. Wir brauchen ein paar Drain Racks. Ich baue die gerade mal. Du kannst halt echt nicht lang vom Feuer wegbleiben. Ja. Das ist leider so der Nachteil. Okay. Oh, ich muss ans Feuer, kurz. Ja, ja, geht, geht, geht. Ich muss mein Essen essen. Häschen. Danke, Häschen. Hallo, Häschen. Tschüss, Häschen. Du warst mal lecker. Wir brauchen Stiggis. Ich glaube, wir sind Stiggis. Nein, 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 nein. Ach, fuck. Was denn? Ja, mir ist der Vogel weggeflogen. Aber Nico, du hast doch immer schon einen gehabt. Danke. Äh, was? Okay. Ähm, oh Gott. Mir ist auch wieder kalt. Na, das ist ein lustiges Ding hier. Genau, die Racks. Und was natürlich sinnvoll wäre, weil wir ja hier auf Felljagd sind, ähm, so ein Felllager. Ja, ich muss schon wieder ins Feuer. Mach das. Ich brauche mal so ein Felllager. Hopp, 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 hopp. Ach, hast du schon. Ich mache schon, ich mache schon. Äh, Bäumchen, Bäumchen, Bäumchen. Ich gehe mal hier runter und gucke, ob ich, ähm, vielleicht schon, ähm, was Tegos finde. Boah, ich brauche dringend was zum Essen. Hast du nichts? Nee. Ich habe, glaube ich, noch was. Warte, ich kann, glaube ich, was auf den Grill werfen. Also, wenn die Racks fertig sind, dann könnt ihr eure Sachen auch dort aufhängen. Ja, das dauert aber gerade länger. Ja, das stimmt. Warte. Ich guck mal, Nico, ob ich noch irgendwo was auftreiben kann. Ich habe hier noch ein rohes Häschen. Oh, ich habe vielleicht... Der ist jetzt frisch, aber wenn der fertig ist, kannst du den haben. Ja, danke. Gerne. Voraussetzung wäre, dass du mich nicht umsägst. Ja. Ich habe hier auch einen Ort gefunden, wo man Wasser sammeln kann. Okay. Hier kann man doch aber auch Wasser sammeln, direkt drunter. Wir sind ja neben dem Fluss. Stimmt. Aber nee, ich glaube, da kannst du mich sammeln. Oh, ich brauche so. Jawohl. Feder, Feder, Feder. Hab eingetötet. Ich habe uns einen Vogel ins Feuer gekriegt. Oh, dann... Ich werde aber angegriffen von ziemlich vielen Leuten. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin ein bisschen weiter runter. Ich seh dich nicht. Na ja, ich weiß es noch nicht. Okay, das hört sich nicht sicher an. Also komme ich. Äh. Ich... Also ich schmetter die Jungs und Lobes alle weg gerade. Ey. Halt die Klappe. Ich glaube, ich habe ein Metzl festbegangen. So, Nico. Brauchen wir... Irgendwas? Immer. Dann... Hau rein. Ich... Ich habe gerade... Das sind voll viele, oder? Da lohnt sich doch fast sogar ein Feuer zu bauen. Ja, ja. Es würde sich so ein kleines Feuer lohnen. Ich habe auch genug Stickys dafür. Kannst du so ein kleines bauen? Hau rein. Mitten ins Wasser gebaut. Voll gut. Weißt du, was das geil ist? Du kannst es nicht anzünden. Really? Ah ja. Ein Lagerfeuer im Vassala. Ich baue... Ich mache hier. Alles gut. Ich habe jetzt trotzdem gedacht, dass das geht. Ja, habe ich aber auch so ein bisschen. Cora, dir geht es da oben gut, ja? Ja, ja. Ja, entschuldige. Ich bin hier so ein bisschen am... Anbauen und alles. Ja, ich jage hier... Achso, der Nico hat auch schon was. Oh, da ist schon wieder Kundschaft. Ach, der ist schon wieder... Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Ich will nur meinen Fall wieder haben. So. Ah, ist das schön. ein Lagerfeuer von... Und ein Lurch. Ein Lagerfeuer und ein Lurch. Eine lustige Geschichte. Oh, Nico. Ja? Das sind so viele, ähm... Ja, Teichchen. Oh ja, ja, Mann. Warte, okay, warte, ich mache mir schnell Rüstung. Ja, ich auch. Okay. Da zerfällt noch einer. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Okay. Nice. Okay. Also, ich bin hier gerade auf Tierejagd, wie du siehst. Und ich sehe... Ja, ich gehe mal wieder zurück. Ja. Guck mal, ich habe auch... Ja, ich habe nämlich auch Fleisch in der Tasche. Das würde ich jetzt aufhängen schon mal. Ja. Ich jage schon mal so... Ich partiere dann... Ich hoffe, euch schmeckt Reptil. Ich mag Reptil. Ein Reptilium. Es gibt leckere Schichtgrüttensuppe. Der Nico. Ah, so schön. Ich finde hier auch Essen für mich bedeutet, ihr müsst euch um mich keine Sorgen machen. Ich hatte eben nur ausreichend Besuch gehabt. Ich habe nämlich Heidelberg gefunden. Warum lacht keiner? Ich habe kurz überlegt. Aber habe mich dann anders entschieden. Danke, Merkel. Sind hier noch Tiere? Ich fange ihn. 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 Boah, das hat mir sogar Leben abgezogen. Scheiße. Was hast du gefangen? Den Baum. Ich... Ah. Ich habe wieder besucht. Boah, der eskaliert hier völlig. Wird völlig erfroren. Drei Bäume reicht. Gleichzeitig. Dann bist du halt halb tot. Ja. Du musst dich immer wieder ans Feuer stellen. Ja, ja, genau. Aber die Chainsaw ist echt so viel schneller. Das tut gut. Das ist mega. Aber du musst sie halt immer auftanken. Das ist halt so. Ja, gut. Oder wo man findet, ehrlich gesagt, genug Benzin. Das stimmt. Mich verfolgen gerade ein paar. Also die sind... Wildschwein! Wo ist es dir? Wo ist es dir? Ich habe einen Treffer. Ich habe einen Wildschwein. Und auch gleich ziemlich viel Fleisch dabei. Okay, ich komme mal zurück. Ich habe jetzt, glaube ich, alles, was ich brauche. Wofür brauchst du? Also so Sticks habe ich gesammelt. Ähm, ja, ich habe schon Fleisch gesammelt. Wir brauchen ja Essen. Oh. Hier in der Nähe von uns. Euch beobachtet ein ganzer Stamm. Was? Oh, nett. Hallo. Oh, nett. Aber das waren so Kannibalen, weißt du? Die gucken so die ganze Zeit durch die Wälder. Und ich komme so angerannt und die so... Oh, nett. Da hinten. Vorsicht. Incoming, Alex. Hinten. Nico, ich habe ein Geschenk. Komm her, Digga. Komm her, Digga. Du hast mir einen Kopf mitgebracht. Ein Wildschwein. Du störst mich beim Bordefell. Hä? Wo ist der Kopf? Ich sehe keinen Kopf. Doch. Am Platt. Oh, doch da. Oh mein Gott. Ich lasse ihn nicht mehr los. Ihr müsst leider die Hütte jetzt alleine bauen. Ähm, wie viele brauchen wir denn noch? Oh, es sind ja nicht mehr so viele. Hau raus, Cori. Dann hauen wir das ja alles bei euch ein. Der Nico kann nicht. Der hat einen Kopf im Arm. Was? Das ist richtig eigentlich, hä? Immer schön, dass Lagerfeuer am Leben hat. Ich brauche dann auch ein... Ja, ja. Hinten fällt einfach alles um. Ich brauche dann auch ein Stöckchen. Stöckchen, Stöckchen, Stöckchen. Da liegt übrigens noch so ein Leiter, wo wir Knochen brauchen. Jawohl, hau raus. In unsere Hütte. Wo ist es? Ja, ich höre dich. Wo bist du? Da. Da, bei mir. Aua. Ich hab's. Er ist tot. Ich hab das zweite... Ihr müsst aber das Fleisch leider mitnehmen. Ich hab keinen Platz mehr. Ja. Nico, hast du den Schild mitgenommen? Es schneit. Trinkwasser. Ähm, ähm... Ja, hab ich. Trinkwasserhalter. Sehr gut. Dann... Der Nico kann nicht bauen, der will noch ein dicker Schwein haben. Ich hab hier noch ein bisschen Rüstung, wenn's okay ist. Ihr habt hier Stickys in der Tasche? Ich verwirre dich wie eine Katze. Guck mal. Nico, guck mal, hinter dir. Guck mal, unter dir. Guck mal, hier neben mir. Hier, 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 bei mir, hier. Nein, andere Seite. Ach, da. Guck mal auf den Boden. Jetzt kannst du dich nicht entscheiden. Das oder das, das oder das, das oder das. Ich hebe einfach immer wieder... Ich hab ja hier auch einen Schildkrötenkopf. Das wird das unschlagbare Trio hier werden. Ich hebe sie einfach immer wieder auf, dann spawnen sie nicht weg. Timo und ein Pumper oder was? Alter, ja, Mann. Ich hab zwei Sticks, ich nehm mal noch ein paar Sticks mit. Ähm, was brauchen wir für das, wie viele Wildschweine brauchen wir für die, für die... Vier. Für den Wärmeanzug. Vier? Nee. Die Fälle. Achso. Das ist zu gut. Nee, ich glaube jeweils einer. Pro Nase, oder? Oder zwei. Probier's halt mal, du hast doch Wildschweine. Da steht vier. Vier? Alter, das heißt, wir brauchen zwölf? Ja. Wirklich doch. Wow. Das ist ordentlich. Ach, komm. Einer fehlt. Liegt der vorne noch einer? Der ist hier unten. Ja, hier sind noch zwei. Okay. Join, 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 join. Ich hab zwei. Und ich hab zwei, ich hab paar Sticks, Nico. Yes. Gleich, gleich, gleich. Gleich, 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 gleich. Jetzt. Eins kommt da schon mal hin. Ähm, hallo? Aha. Ach, ich bin schon wieder. Ja. Da hat einer. Ich weiß. Hübsch. Einfach hübsch. Ähm, Nico, hast du den Getränkehalter gebaut? Nee, ne? Nee. Ich konnte meinen Wildschlein nicht aus den, äh, hier. Hat jemand noch einen Stick dabei? Ja, klar. Wo, wo, wo? Entschuldigung. Ja, hier. Mega. Schau, wie sie lacht. Sie ist so glücklich. Nico, kannst du hier den Schild zu Ende bauen? Natürlich. Danke. Oh, sehr gut. Dann haben wir erst mal. Okay, Nico, ich hab... Wasser, Essen... Nico? Was ist mit dem zweiten Schweinskopf? Der ist irgendwie weg. Der ist doch hier. Ach, der ist er ja. Okay. Du gehst zu deinem Kumpel. Ja, geil. 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 Teste. Achso, genau. Damit hatte ich bei Conan auch immer schon so meinen Spaß. Da war es halt so ein fetter Rhinozeros-Kopf oder so. Oh, ja. So, ich hab zwei Hasen und... So, wir werden hier draußen noch bestimmt auch, äh, hier... Ähm, irgendwie Knochen finden. Oh, ja. Knochen. Ah, wir brauchen ja dann auch Licht hier drin. Ach so. Ich dachte, du baust jetzt einen Knochenhalter. Ich auch. Ich dachte, irgendwas Sinnvolles... Super, es ist einfach atmosphärisch. Das ist... Na, ich bin hier Dekorationsmeister, okay? Das ist schon so. Mist, wir brauchen aber tatsächlich ein Feuer hier in der Hütte. Es ist kalt. Ja, das kriegen wir auch hin. Ja gut, oder wir bleiben einfach hier draußen stehen. Also, warte mal, warte. Vogel! Hast du mich grad gehauen? Ich hab in die Luft gehauen. Oh Gott. Also, wir haben... Hä? Hallo? Au! Nein, nein, das war aber nicht... Das war nicht ich. Also, wir haben schon mal alle Häschen. Wollen wir denn mal loslaufen? Wir bräuchten ein bisschen... Ja, ja. Also, wir haben drei Häschen. Drei Häschen brauchen... Also, Häschen brauchen wir nicht mehr. Okay. Das kann ich schon mal sagen. Wir brauchen noch... Wir brauchen Wildschwein halt. Also, wir haben zwei Wildschweine. Wir brauchen zehn. Wir brauchen zehn. Ja, aber wir finden... Also, die sind hier unten tatsächlich. Die waren im Grünen schon noch. Ja, ja, ich sag ja, die sind in diesem Gebiet zwischen Schnee... Also, die sind im Schnee schon auch, aber die treiben sich auch am Randgebiet vom Schnee auf. Irgendwie los dann? Ja, aber erst in der nächsten Folge. Ach, okay. Aber dann kommen wir noch mal alle ans Feuer und dann machen wir einen gemütlichen Abschluss. Und ich werfe YouTube-Money rein. Ja, ich auch. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020